Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abenteuer Modellbau. Heute sind wir alle mal ein bisschen schneller, denn wir haben einen Gast dabei. Und zwar ist, achso, ich bin der Daniel wie immer und der Nils ist auch dabei. Guten Abend. Und heute haben wir den Kai alias Tankbrusher auf YouTube, auf Patreon, auf Instagram, auf allen Social Media Plattformen bekannt. Guten Abend, freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung an Daniel und Nils. Ja, und dann starten wir mal in die Folge. Viel Spaß. Jawohl. So, wir haben Oktober, Mitte Oktober sogar schon. Das heißt, es wird langsam Halloween. Ja, okay, daran habe ich das nicht gedacht. Ich habe es eher so als November-Projekt gedacht, das sich jetzt mit Riesenschritten nähert. Aber bevor wir darauf eingehen, da müsst ihr noch ein bisschen warten bis zum Ende der Folge, weil wir wollen uns erst unterhalten, wie der Daniel schon sagte, der Kai aka Tankbrusher ist da. Eventuell hat ihn jemand schon gesehen, weil ich habe vor kurzem die Ketten von oder für meinen Sturmgeschütz von ihm benutzt, beziehungsweise die Dateien, die ich mir dann selber drucken konnte, die Ketten. Ich war sehr begeistert von der Qualität. Das ist jetzt auch alles hier unbezahlte Werbung, sage ich mal. Das sage ich aus Überzeugung, weil die Panzerartketten, die ich davor gekauft habe, fand ich qualitativ nicht so gut wie jetzt die Ketten. Und jetzt habe ich die Datei. Ich kann mir die für die nächsten 20 Sturmgeschütze, die ich noch bauen werde, so oft drucken, wie ich brauche. Und das ist einfach, ja, das System ist einfach hervorragend. Die Umsetzung war hervorragend, die Pins bleiben, wo sie sein sollen. Nicht wie bei der Panzerartkette, so einmal angeguckt, fällt der Pin raus. Und ja, da dachte der Daniel sich, dann laden wir den Kai doch mal ein. Dann soll der mal ein bisschen erzählen, weil so gerade so Fachidioten wie ich das bin, für mich ist das natürlich Hexerei, wie kriegst du so eine Kette in eine 3D-Datei. Und da haben wir gedacht, der Kai, der kann das mal ein bisschen erzählen. Deshalb, guten Abend Kai, schön, dass du da bist. Ja, guten Abend. Daniel freut mich. Ja, hast du das schon gut gemacht für meine Ketten? Nee, aber vom Grundprinzip her, ja, ich mache seit vier Jahren ungefähr 3D-Design, gerade um 1 zu 35 herum. Und ja, meine Panzer 3-4-Serie an Ketten, das ist so ein bisschen was, aber ich bin relativ stolz drauf, kommt alles vom Original. Deswegen schauen sie auch so gut aus. Ja, in der Tat, ja. Das war jetzt zum Beispiel auch, was mir jetzt bei den Ketten aufgefallen ist, diese Führungsszene, die sind hohl von innen. Das war jetzt bei deinen Ketten das erste Mal, dass ich das wahrgenommen habe, weil bei sämtlichen Modellbauketten waren die eigentlich immer Vollmaterial. Sind sie eigentlich original, sind sie nie Vollmaterial. Jede von diesen Gleisketten, egal ob das Wehrmacht ist oder ob das russische Armee ist oder was auch immer, die sind alle möglichst daran interessiert, eine konstante Wandstärke rundum zu haben. Und dementsprechend sind die Führungsszene, das wäre ja ein superschweres Bauteil oder superschwerer Klumpen da mittendrin, die sind immer hohl, vor allem bei der Wehrmacht. Okay, interessant. Auch die Flanken. Die Deutschen haben mitgedacht. Ja, mehr oder minder. Du siehst es ja dann im größeren Stil. Overlohn hat ja gerade eine Hornisse oder so eine Nashorn, das ist glaube ich ein Nashorn, so ein Stromgeschütz-Panzerjäger-Restauration. Ja, ja, ja. Und die hatte flankenoffene Führungsszene drauf und die sind reihenweise gebrochen beim Wenden. Das ist dann auch, dass dort ein bisschen dann mit der Belastung am Ende ist. Du hast ja die geschlossenen Führungsszene, du hast Führungsszene mit geschlossenen Flanken, die oben eingebuchtet sind, damit sie nochmal zusätzliche Versteifung drin haben. Und ich habe halt versucht, das in 1 zu 35 so ein bisschen wiederzugeben. Ich habe damals auch zeitgleich, glaube ich, mit T-Rex angefangen. Da hat er gerade an der Panda-Kette rumgeschraubt. Und da hatte ich meine erste Neubaufahrzeugkette. Da bin ich eigentlich nur die Kette in das Ganze reingekommen. Okay. Bei dem Neubaufahrzeug muss ich mal einhängen. Ich meine, ich kenne dieses Fahrzeug. Weiß jemand, woher dieser Name kommt? Warum Neubaufahrzeug? Es ergibt in keiner Weise Sinn für mich. Ich glaube, das kommt aus der Reichswehrzeit, wo Deutschland keine Panzer haben durfte. Und als sie das Ding entwickelt haben, haben die das halt Neubaufahrzeug benannt. Genau. Das ist Zwischenkriegsmodelle. Und wir durften ja nicht. Oder die Deutschen durften es nicht bauen. So wie Leichttraktor und so was. Genau, Leichttraktor, dein Neubaufahrzeug, dein Kompanie-Begleitfahrzeug. Denken du es da? Durchbruchswagen. Ja, der kam, glaube ich, ein bisschen später, aber ja. Der kam später, ne? Nicht viel später. Ja. Ja, cool. Dann, also jetzt haben wir mal jemanden da sitzen. Wir kennen das, wie der Nils hat es jetzt erlebt. Es gibt ja zwei verschiedene Möglichkeiten, 3D-Druckzubehör zu bekommen. Das ist ja heute der pure Standard an Zurüstmaterial für ein Modell. Bei vielen liegt es sogar schon bei. Oder man kann es im Zurüstzeit kaufen. Oder man kauft sich halt, wie bei dir zum Beispiel oder bei T-Rex oder Panzerart oder was weiß ich, wie sie alle heißen, 3D-Druckteile. Entweder halt fertig gedruckt als Set oder bei dir halt als Datei zum Selberdrucken. Was hat dich denn dazu bewegt, zu sagen, naja, ich druck nicht selber. Bei mir kann man halt nur die Datei holen. Weil wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Das hat natürlich auch Nachteile. Ja, klar, das Nachteile hat auch Vorteile, weil ich habe mir zum einen gedacht, ich mache das so mehr oder minder als Hobby. Ich habe das als organisches Wachstum so angenommen. Habe damals nur die Sachen veröffentlicht, die ich so selbst für meinen eigenen Modellbau gebraucht habe. Und da war ich fähigkeitstechnisch noch nicht da, wo ich sagen könnte, hey, ich könnte jetzt eine Produktion hinstellen. Das hat sich natürlich mittlerweile geändert. Mittlerweile könnte ich das Geld in die Hand nehmen, könnte mir Produktion hinstellen. Dann musste ich aber auch damit befassen. Und du kannst nur auf einer Hochzeit tanzen. Also die Zeit, die dir in der Produktion steckst, die geht ja beim Design und bei Innovationen halt verloren. Deswegen habe ich einfach gesagt, es wird doch schön, wenn die Wohnung nicht riecht wie eine Chemiefabrik. Dann lasse ich es einfach dabei, digital zu handeln. Dann kann ich mich schneller bewegen, kann die Sachen machen, die mir Spaß machen. Und der muss nicht abendelang an 3D-Drucker warten sein. Ja, kann ich schon nachvollziehen, weil das ist, also ich mache das ja auch nur so nach Bedarf und es ist trotzdem Zeit, die dir woanders fehlt. Selbst wenn ich jetzt hier nur einmal was drucke und dann mit Nachbehandlung, Reinigung, wieder Vorbereitung für den nächsten Druck. Wenn du das dann mit 5 Druckern machst, weil du dann produzieren musst, das ist schon ein Aufwand, ja. Ja, definitiv. Und du musst auch so sehen, die Dinger werden ja immer günstiger. Du kriegst ja jetzt auch so ein Einsteigergerät für 200, 250 Euro und die Dinger können mittlerweile was. Vor vier Jahren war das noch eine andere Geschichte. Da waren die Displays noch, also die Dinger, die den 3D-Druck beeinflussen, wie auflösender so ist, die kamen damals noch Standardware aus dem Handy sozusagen, was sie verbaut hatten. Und heute hast du ja eine super hohe Auflösung mit 20 Mikronen, der Pixelgröße und das auf dem Einstiegsgerät. Also es ist super Nische, ja, aber immer mehr Modellbauer werden 3D-Drucker haben einfach, weil es super easy ist. Und wenn es auch die ersten Bausätze dann verfügbar sind von irgendwelchen Designern, nicht unbedingt von mir. Aber dann ergibt es dann auch Sinn, wenn du dir deinen Tiger einfach rauslässt, anstatt ihn irgendwie für 100 Euro dann inflationsrücksichtigt irgendwo zu erkaufen. Ja, ich habe es immer wieder jetzt festgestellt, so ein 3D-Drucker ist einfach super praktisch, wenn du ein Diorama oder ein Fahrzeug machst. Du kannst dann voll rödeln, kannst dir für Cent Beträge das Zubehör drucken und musst halt die Dateien kriegen. Aber dann, wie gesagt, ich finde es vollkommen fair, dann einmal die Dateien zu kaufen und kannst dir das dann dein Leben lang drucken. Also das finde ich viel besser, als eine gedruckte Kette zu kaufen, die du dann halt nur einmal hast. Ich finde es einfach super praktisch. Ja, definitiv. Vor allem ist es ermöglicht dir halt Sachen zu machen, die du vorher nicht machen konntest. Wenn du jetzt, gibt es dann, einer von meinen Members hat mir ein Foto gezeigt, ein Umschlagplatz für Munition. Da lagen Tigerhülsen und Tigerpatronen rum, Stabelweise. Wenn du die aus Messing kaufst, dann zahlst du dich ja dumm und dämlich. Ja, ja, richtig. Und so kannst du das für ein paar Euro natürlich umsetzen. Ja. Ist aber auch, du hast ja gerade erzählt, ganze Modelle entstehen ja auch mittlerweile in 3D-Druck. Ich kenne eine Seite schon immer, das ist resinscales.com. Die haben halt auch ganz viel, ja, aus World of Tanks. Da sieht man viele, weiß nicht, What-If-Fahrzeuge oder halt auch viele, die wirklich im Spiel da sind. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Zielgruppe, die die hier ansprechen wollen. Und man kann ja ohne Probleme mal 100 bis 200 Euro für so ein Set bezahlen, ne? Für eine Datei? Ne, ne, für ein Fertig, für Material. Okay. Also du kaufst dir das gedruckte Set. Ich glaube, wie Nightshift, den AMX 50B. Ich glaube, der ist auch hier von Resinscales. Der war auch nicht so günstig, ne? Naja, also der kostet hier, habe ich offen, 160 Dollar. Das ist halt noch kein Massenprodukt wie jetzt so ein Plastikbausatz, ne? Deshalb wahrscheinlich. Ja gut, aber schockt jetzt auch nicht so, wenn du schaust, wie die Spezial-Resin-Bausätze kosten, die noch unter Vakuum gegossen sind. Die gehen ja auch weit über 100 Euro im Normalfall. Okay. Also ich denke halt, dass dort der große Vorteil dann liegt, wenn du es selbst wuchst. Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Ja, Resinscales selbst, ich kenne sie nicht. Ich habe eine Vermutung, wer es ist. Ja, im Prinzip kannst du halt mit solchen Sachen auf jeden Fall Modelle zugänglich machen, die du nicht andersweilig bekommst, weil du musst dich nicht um den Formenbau kümmern. Wir hatten, ein amerikanischer Kumpel hat mir mal gesagt, es verkauft sich nichts, was keinen Turm hat. Aber es sind ja gerade dann die interessanten Sachen, die du nicht kaufen kannst. Und wenn du so die Kleinserienfertigung, die Fertigung dann ins Studio bekommst von deinem eigentlichen Modellbauer zu Hause, weißt du, das ist eine schöne Sache, da kann jeder ein bisschen was sparen dran. Mal so Interesse halber, ohne dass du jetzt eine Zahl nennen musst, wenn du deine Dateien da jetzt bei Patreon oder bei kals3d.com anbietest, kommt da immer mal wieder einer, der sich da was kauft, oder ist das schon so ein reger Fluss, wenn du das sagen möchtest? Also von Dingens von Kals, ich habe jetzt Kals als Online-Shop, da habe ich, glaube ich, um die 100 Artikel. Da kommen so in Monaten 100 Euro zusammen. Also es ist nicht sonderlich viel. Ich glaube, so seit der Entstehungszeit von meinem Online-Store, der Gesamtumsatz würde reichen, um vielleicht 8 bis 10 Ketten zu bauen. Und das ist halt, wo mein Standbein eigentlich eher auf der Patreon-Seite ist, den konstanten monatlichen Geldfluss liefern, diese Supporter dort. Und damit kannst du dann halt diese Paywalls überwinden, die du überall hast. Du brauchst Bezahlsoftware natürlich, um konstant auf einem relativ hohen Niveau effizient designen zu können. Der Panzer ist relativ schwer, der kommt nicht zu dir, Gott sei Dank. Du musst da selbst hinfahren. Und das sind auch sehr, sehr viele dieser Projekte, die sind einfach kein Privatnutzen, kein Privatinteresse. Also du sagst, okay, ich möchte jetzt die und die Serie von Zubehörteilen machen. Ich muss da jetzt erst mal ins Museum fahren. Und solche Sachen sind dann eben durch Patreon eben nur möglich. Okay. Gerade auch, wenn du in 3D-Druck reinguckst, 3D-Scan zur Datenerhebung ist ja ganz modern, dass die Sachen alle komplett gescannt werden. Da hast du halt die Herausforderung, die du so mit dem Einzelverkauf einfach nicht stemmen kannst. Ja, dann erzähl doch mal so eine Entstehungsgeschichte von einem Produkt. Du hast ja gerade schon gesagt, jetzt Scans und 1 zu 1 Dinge, wo du hinfahren musst. Vielleicht noch mal, bevor du damit anfängst, ist das für dich rein Hobby oder hast du auch beruflich mit dieser Richtung zu tun, dass du designst oder scannst? Oder ist das komplett Hobby für dich? Also ist es, die Modellbausparte ist quasi komplett Hobby, aber du bekommst natürlich im Studium so ein paar Basics mit, wenn du ein ganz normales Ingenieurstudium machst. Da hast du ja CAD-Sachen, der 3D-Druck. Und als additive Fertigungsmethoden kommst du nicht mehr dran vorbei. Und der 3D-Scan war für mich Zufall, dass ich damit ein bisschen Berührung hatte, so peripher. Aber der Rest ist eigentlich Hobby. Okay. Hauptberuflich bin ich Bäcker. Ja, Entstehungsgeschichte von so einem Zurüstsatz oder von so einem Beurteil. Ich habe jetzt gerade, man kann es dir mal kompliziert machen, ich habe einen Digital-Tiger, der wird bald ein druckbares Bauteil. Wenn du da Daten haben willst, dann musst du halt zum nächsten Tiger und dann hast du das Problem, Tiger sind ja sehr, sehr bekannt. Das heißt, wenn du Bovington anschreibst und sagst, hey, ich möchte euren Tiger vermessen, weil ich möchte einen Modellbausatz machen, ist es sehr wahrscheinlich, dass du keine Antwort bekommst. Das Gleiche gilt übrigens für Saumur, musste ich empfehlen. Und soweit ich weiß, Munster hat eine Paywall, die habe ich nicht angefragt. Da musst du einfach Gebühr bezahlen, dass du das Fahrzeug zugänglich bekommst. Dann steht der Nächste, der in der öffentlichen oder im Public-Domain im öffentlichen Raum steht und frei zu wenig ist, wir montieren es in Frankreich. Das heißt, du fährst ein paar hundert Kilometer und dann musst du über den Zaun klettern und dann kannst du den vermessen. Dass der, den sie schon zweimal durchgesägt haben und wieder zusammengeschweißt haben. Ja, dieser Grüne. So ein bisschen grün, gelb angestrichen und ein bisschen verrostet. Ich weiß nicht, der sitzt, glaube ich, auch demnächst mal dran mit dem Restaurieren, sagen wir da ein paar Berüchte. Ja, da haben sie was vor. Ja, dann fährst du da hin, springst da über den Zaun quasi und dann fängt es an zu regnen. Es ist sowieso in der Nacht, weil 3D-Scanner und Tageslicht, die vertragen sich nicht so toll. Ja, dann verbringst du halt einen Tag oder den ganzen Abend, dir die Vermessungsdaten zu holen. Dann stellst du fest, dass der zum Beispiel keinen Heck drauf hat. Als musst du dann doch weiter nach Saumur. Dann fragst du den Saumur nochmal freundlich. Dann E-Mails wurden ja nicht beantwortet und alles. Ja, und dann entscheidest du dich halt, du bringst halt mal über das Seil und versuchst, das Heck zu vermessen, bevor sie dich rausschmeißen. Würde ich nicht tun, keinesfalls. Ja, irgendwie musst du halt an die Daten ran. Ja, und das Schöne ist dann auch, wenn du so ein Projekt hast, da bilden sie so ein bisschen so Facebook-Bekanntschaften. Da stellst du fest, hey, derjenige, der hilft, der will dir ja dann doch helfen, der Zugang hat als Helfer in einem Museum und Co. Und dann kriegst du halt da Daten rein und dann baust du ein CHD-Modell zusammen. Von dem ganzen Zeug. Und hinterher versuchst du es zu drucken. Wo es Einflussgebende ist halt, wenn du ein Fahrgestell baust, egal wie die Grundabmessungen müssen stimmen. Und das kannst du mit dem Maßband feststellen. Und da hast du ja auch relativ viele Gussteile dran. An einem Tiger jetzt nicht so viel. Vielleicht die Kanonenblende vorne. Wenn du das vom 3D-Scan nimmst und danach zeichnest, dann kommst du eigentlich schon zu einem relativ genauen Ergebnis. Und das macht halt, finde ich, macht einen Riesenunterschied, wenn ein Modell genau ist oder originalgetreu wiedergegeben ist. Das hat gleich ganz andere Proportionen. Das schaut nicht aus wie ein Spielzeug. Würdest du sagen, dass, weil das ist doch auch irgendwie die Rangehensweise, wenn Tamir jetzt irgendwo anklopft oder Revell oder sonst irgendjemand, die werden ja auch an die Originale rankommen. Und wahrscheinlich kommen die besser da dran, wenn die als Firma Tamir irgendwo anfragen, als du als Kai. Hi, darf ich mal deinen Panzer angucken? Ja, natürlich. Tamir ist ja nicht nur die Modellbausparte. Tamir ist ja ein riesengroßer Spielwarenhersteller. Die machen ja alles. Die haben eine RC-Sparte. Die ist ja größer als deren normale Modellbausparte, glaube ich. Aber die gehen da einfach mit, kann ich mir vorstellen, die gehen mit der entsprechenden Kaufkraft ran und fragen diesen Zugang an und beauftragen jemanden. Da gibt es ja auch Firmen, die solche Sachen an dieser Datenerhebung anbieten. Aber ja, ich als Kai werde relativ fair behandelt, muss ich sagen. Auch im Vergleich zu Tamir und Co. Zum Beispiel, ich war es verkürzlich im Museum für, glaube ich, Zeitgeschichte, das ist in Stammheim bei Würzburg in der Nähe. Und habe dort angefragt, ob ich dort einen LKW scannen darf. Und der war sofort jawohl, gerne. Klar, kein Problem. Das hat mich dann positiv überrascht. Da hast du dann auch so Erfahrungen, die dann sehr, sehr positiv sind. Im Vergleich zu Gatekeeping und ein bisschen Elitismus, elitärem Denken. Ja, vorwinken, vorwinken, ein Tiger kannst du vergessen, glaube ich, als Privatperson. Aber manche muss sehen, darfst du es halt auch. Ja, es ist halt auch nicht ein Tiger, sondern halt der Tiger, der da steht. Ja, auf jeden Fall, zumindest nach deren Meinung. Was hast du denn für eine Kamera? Also diese 3D-Scans, das sieht man ja auch schon manchmal bei Instagram-Werbung, so ganz kleine, wo man sich so sein Handy da hinstellen kann und dann fährt das da rum und dann kann man so ein bisschen was scannen. Aber ich habe das auch schon mal gehört, wir haben auf der Arbeit so ein bisschen geguckt und wenn man zumindest letztes Jahr so einen 3D-Scanner haben wollte, der zumindest ein bisschen was kann, war man, glaube ich, so bei um die 10K. Ja, bist du. Und ein 3D-Scanner macht nicht alles, was du haben willst. Es gibt ja auch verschiedene Scantechniken. Ist zum Beispiel schön, wenn du einen SLS-Scanner hast, also einen Structured Light Scanner, für Modellbausätze zum Beispiel. Und das ist dann nicht off the shelf, das ist dann tatsächlich nur Fotogrammetrie. Das heißt, du brauchst eine entsprechende Kamera, DSLR, mit einem schönen Makroobjektiv drauf, das nicht gerade günstig ist und dann kannst du anfangen, hier einen eigenen Scanner zu bauen, um auch Angussstellen tatsächlich vom Bausatz erfassen zu können. Da kannst du wirklich alles scannen mit so Dingern. Das Ding kannst du natürlich dann nicht verwenden, wenn du irgendwas so mittelformatig hast. Ich sage noch beispielsweise die Zigarettenschachtel. Zigarettenschachtel bis Feuerlöscher von der Größenordnung. Da bräuchst du eigentlich ein eigenständiges Gerät und brauchst ein eigenständiges Gerät für. Da kannst du so hochauflösend Sachen scannen, wie jetzt die Ketten zum Beispiel. Und dann natürlich brauchst du noch einen dritten Scanner für die großen Sachen, wie ganze Fahrzeuge. Ja, aber wie scannt man einen Lastwagen? Ich stelle mir das so vor, in Ebenen, und dann ist es so ein bisschen wie der Wolfgang, hast du so, ich sage mal, Fotostacking oder sowas. Du machst den ersten Meter, dann den zweiten Meter, von links nach rechts, und dann baust du das digital zusammen. Ja, du kannst dir effektiv vorstellen, dass du von jedem deinem Blickwinkel, von jeder Komponente so 300, 400 Fotos machst. Und effektiv so geht es mit dem Scanner auch. Ein 3D-Scanner ist effektiv nichts anderes als eine Webcam und Steroiden. Das heißt, du musst alles abfilmen, das gesamte Bauteil, von allen Seiten. Und wenn du sowas mit einem kompletten Fahrzeug machst, Grundprinzip bleibt das gleiche. Du hast so ein bisschen, bereitest es vor, du hast einen Scanplan. Manchmal hast du so Risszeichnungen. Und da markiere ich mir dann, okay, das möchte ich jetzt so im ersten Feld scannen, das ist im zweiten, das ist im dritten. Also ich so grobe Vorstellungen habe, wo ich meine Daten hinterher auch wiederfinde. Und dann fängst du halt vorne an, hörst hinten auf. Und wenn du dann noch Zeit hast, dann machst du das gleiche nochmal, um es hier zu gehen, dass du wirklich alles hast. Ja, also, ziemlich viel Arbeit. Ja, durchaus. Hast du den LKW vermessen? Also ich hatte jetzt, das war es bisher mein größtes Projekt, ich habe jetzt zwei LKWs direkt hintereinander, Samstag, Sonntag. Und das waren auch, das waren dann die 3D-Scans für das große Fahrzeug. Da wird ein Modellbausatz draus für ein Start-up-Unternehmen. Da bin ich beauftragt worden. Aber davor auch schon. Ich habe den Panda in Breta zum Beispiel. Ich wohne hier an der Grenze zur Niederlande, zu Belgien. Ja, die haben sehr, sehr viele Monumente jetzt in der, eben öffentlich zugänglichen Monumente, Shermans und Co. und Cromwell bei Antwerp. Und das sind Sachen, die habe ich jetzt nacheinander auch gescannt, auf jeden Fall, weil gerade ist die Technologie da, da muss man es auch benutzen. Würde nicht besser, nur weil es rumsteht. Ja, stimmt. Wie viele Stunden brauchst du so, für so einen LKW? So einen LKW oder Panzer, so viel Zeit, wie du hast. Du kannst dort den ganzen Tag zubringen, kannst aber auch ein ganzes Wochenende zubringen. Es ist nicht schnell. Ich würde sagen, so mindestens zwischen vier und sechs Stunden solltest du es schon mitbringen, um so ein Fahrzeug zum 3D zu scannen. Gibt es ja auch verschiedene Ansprüche, was du hast. Oder wie genau du es haben willst. Willst du jedes Bauteil tatsächlich dreimal gescannt haben? Oder reicht dir ein grober Umriss auf dem Scan, das du hinterher zuordnen kannst? Wie groß ist das Teil eigentlich? Ist es ein ziemlich primitives Teil wie ein Rad oder sowas? Und hast dann acht Stück davon, willst dann jedes, alle acht Räder einzeln scannen? Ich glaube es nicht. Aber du musst es ja auch supplementieren. Du musst es ja auch von Hand vermessen. Wenn du deinen Radstand nicht kennst, wenn du die Spurbreite nicht kennst, dann bringt dir der 3D-Scan in der auch nicht auch viel. Du musst es ja auch verifizieren können. Es ist schon traditionell Fotos machen, traditionelle Maßbands, ein paar Grunddaten erheben und dann scannen. Da steckt so ein bisschen was denn noch. Das wäre nämlich jetzt so die nächste Frage, weil dann hast du jetzt einen Scan gemacht und jetzt geht es wahrscheinlich dann an den Rechner und du musst die digitalen Sachen ja irgendwie zusammendengeln in ein großes Modell oder viele kleine. Ich stelle mir jetzt vor, du hast ein, bleiben wir beim Rad, du hast 400 Fotos oder Videos von diesem Rad. Jedes dieser Bilder muss ja irgendwie, ja, wie dieser Ursprungspunkt im CAD, irgendwo muss ja alles irgendwie ja einen Bezug zueinander haben. Das Bild von der Seite, von der Seite oder fünf Zentimeter weiter links. oder ist die Software so intelligent, dass sie das erkennt, du sagst, das hier ist alles Rad und der erkennt dann, ah ja, das ist von der Position und dann macht er dir automatisch das Rad da fertig mit ins Kabel. Ja gut, da gibt es ja, beim Rad ist der erste Fallstrick, ist das Ding eigentlich symmetrisch ist und dass es rund ist und da hast du mit der Positionierung auf der Softwareseite schon mal riesen Probleme unter Umständen. Du findest dich wahrscheinlich in der Situation, wo du irgendwas an diesem Rad befestigt, damit es nicht mehr rund ist und nicht mehr symmetrisch ist, damit du überhaupt eine Chance hast. Ja und nee, die Software, die du kaufst oder vielmehr den 3D-Scanner, den du kaufst, ist ja komplett Lösung. Also der macht das dann schon, der nimmt ja die Einzelframes auf, die Einzelbilder und macht dann auch die Berechnung in der Software, die mit dem Scanner kommt. Da ist keine Handarbeit, da klickst du dann effektiv drauf, dass er die Punktwolke generiert und danach generiert er, danach schneidest du Sachen weg, die du nicht haben willst und dann generierst du das Mesh, also das typische Gitternetzmodell und das ist dann schon das, was es eigentlich, was es sagt, es ist ein Gitternetzmodell. Es ist, ich sage immer, du kannst dir vorstellen, wenn du so einen Zaun vom Hühnerstall nimmst und diesen drumherum wickelst oder Pappmaché hat man, glaube ich, mal im Kindergarten früher gemacht zum Abwehrformen, Gipsformen. Der 3D-Scan selbst ist erstmal komplett nutzlos, es ist nichts anderes als eine dreidimensionale Referenz, die dann zum Nachzeichnen oder zur Flächenrückführung dann hinterher verwendest dem CAD. Okay, das heißt, du hast dann dein 3D-Modell dann gemacht, also eine Mesh, also eine Netzdatei ist ja quasi auch dann schon wie ein 3D-Druck, eine STL ist ja auch nichts anderes. Ja, eine STL ist halt auch wieder, es ist sogar das Lustige, du kriegst die Ausgangsformat STL aus dem 3D-Scanner raus, ich sage es nur, du hast da Löcher drin, es ist fragmentiert, vielleicht waren schwarze Bauteile dran, die überhaupt nicht gescannt werden können und das Ganze ist ja immer nur, sind ja immer nur Messpunkte, das heißt, es ist eine gute Schätzung, was wo ist. Du kriegst dort keine nutzbare Oberfläche. Du weißt jetzt, dass ein Blech ist ja zum Beispiel eben. Im 3D-Scan schaut ein Blech immer aus, als wäre es komplett durchgerostet und bellig und bockig. Deswegen nimmst du halt einfach nur, nimmst es als Referenz und zeichnest es nach und dann hast du ja ein mathematisch terminierendes Modell, das nicht mehr unbedingt aus dem Mesh besteht, das ist ein sogenannter Solid, den kannst du ja beeinflussen, dann wieder im CAD-Programm und erst wenn du den Solid exportierst, wird er wieder zu einem Mesh oder zu einer STL in dem Fall. Das heißt, wie viel Nachbearbeitung hast du dann an diesem gescannten Ding, bis man sagt, okay, oder ist das so gut, dass man sagt, boah, der Scanner ist perfekt, hier das Rad ist fertig, so, nächstes Teil, das kann man so drucken und... Ja, ich habe das jetzt mal ausprobiert gehabt, hier mit ein paar Kettenglieder und du kannst es tatsächlich auch mittlerweile fast so machen, wenn du dir so richtig Zeit nimmst den ganzen Abend für einen 3D-Scan und für eine Scan-Nachbearbeitung, kannst du wirklich sagen, du machst neue Pinnlöcher durch und hast dann schon ein druckbares Objekt. Sinnvoll ist es nicht, weil dann ist es immer noch 1 zu 1 und 1 zu 35, du skalierst nicht 1 zu 1 runter. Wenn du in 1 zu 1 eine Wandstärke hast von 5 Millimeter, hast du in 1 zu 35 gar nichts mehr. Okay. Das ist halt, du nimmst aus dem 3D-Scan, nimmst du effektiv nur die Geometrie und die ganzen Features mit alles in Proportion ist und in Größe ist, aber das eigentliche Zeichnen, das Design, das ist dann zielführend in 1 zu 35 mit den Auflagen, die 1 zu 35 mit sich bringen. Bringt ja auch zum Beispiel in 1 zu 16 nichts, wenn du dein Kettenglied hast, stellst dann deinen 5 Kilo schweren Panzer mit Interior und allem drum und dran, stellst dann oben drauf und dann bricht die unten die Kette zusammen, weil das Resin einfach nicht so tragfähig ist wie Metall. Ja, das merkt man ja, achso. Deshalb, ich hatte bei Instagram einer angefragt, wo ich deine Ketten da gemacht hatte, ob das auch in 1 zu 72 funktionieren würde, da war ich ehrlich gesagt überfragt, ob man das einfach skalieren könnte oder ob das jetzt wirklich 1 zu 35 spezifisch ist. Also wenn bei mir 1 zu 35 draufsteht, ist es für 1 zu 35 ausgelegt und für 1 zu 35 getestet. Jetzt gibt es da welche, die sind da sehr, sehr schmerzfrei. Die skalieren das runter auf 1 zu 72, dann stellen sie fest, dass die Pins nicht mehr reinpassen, weil es ist ja so, dass dieser Abstand zwischen diesen zwei Flächen, die dort interagieren, der skaliert nicht, der kommt aus dem Tabellenbuch, dieser Abstand. Dementsprechend müsste der Pin in 1 zu 72 viel, viel dünner sein als in 1 zu 35. Und die bohren das dann einfach, du kannst es aber immer noch komplett schmerzfrei dann runter skalieren, du kannst es durchbohren, kannst dir ein Draht durchstecken, und da ist ja deine Sache, was du dann damit machst. Ja, wenn ich mir überlege, wie dünn die Pins jetzt schon in 1 zu 35 waren, das in 1 zu 72 wäre schon eine Nummer. Also ich gehe glaube ich nominal runter mit 0,45 Millimeter. Okay. Ich war überrascht, wie stabil die Pins waren, also ich habe die, wie ich diese Pinbox da geöffnet habe und die Pins rausgeholt habe, die waren so, ja auch immer noch leicht flexibel, was natürlich auch immer am Harz liegt, aber als ich die dann reingesteckt habe und die ganze Kette ist nicht auseinandergefallen nach dreimal bewegen, da war ich echt sehr happy und begeistert. Ja, das hat mich auch am Anfang gewundert, wenn du so Tigerkette oder so gedruckt hast, ich habe da glaube ich auch Spaß auf 5 Kilo Kanister rangehangen. Also die halten schon ein bisschen was aus. Ja, schon echt krass, ne? Was dieses ultradünne Resin-Stiftchen da aushält. Ja, aber auch im Original, wenn du so überlegst, das ist so ein 70-Tonnen-Panzer und der zerrt dann an so einem kleinen Pin auf beiden Seiten. Ja, okay. Geht schon? Ja, doch. Ja, es ist einfach, man kann irgendwie immer wieder sagen, wie verrückt das ist, was heute alles möglich ist, ne? Wenn die alten Modellbauer oder so eine Generation vor uns wie die alles selber gemacht haben, sich alles selber angerührt, gemacht, getan, Scratch gebaut und heute hast du durch 3D-Druck und alle möglichen Produkte, alles wie jetzt die, die, allein diese AK-Stifte, ne? Zack, Metalloberflächen an so einem Rad, dat, dat fertig, ne, dat, dat fertig. Also, wir leben in einer guten Zeit. Definitiv. Der ein oder andere wird es verfluchen, aber ich sehe auch so, diese Zeitersparnis und dieses Praktische überwiegt für mich auch total. Warum soll ich für die 20 Laufräder da 3 Stunden mit dem Pinsel sitzen, wenn ich es in 10 Minuten mit dem Marker machen kann? Genauso, warum soll ich mir das Ding nicht drucken, anstatt dass da mühevoller Kleinarbeit selber zu bauen, also. Ja, gut. Das Einzige, was ich halt sagen muss, so mit deinen, wenn du so sagst, mit deinen Stiften, wenn du so ein bisschen mit den so ein bisschen fortgeschrittenen Wettering-Produkten und Co., du brauchst ein bisschen gewissige Grunderfahrung, um das mitmachen zu können. Und so ist mit dem 3D-Druck auch die Panzerketten, die du jetzt da gedruckt hast, Nils, die kommen ja eigentlich am Ende von der Lernkurve und nicht am Anfang. Das ist ja nicht ein Tag-Eins-Produkt. Ja, ja, klar. Ja. Das muss man auch mit berücksichtigen, denke ich. Also Premium-Stuff? Nee, wenn du die Fertigung zu Hause hast, weißt du, bist du dein eigenes glückes Schmied. Und du hast es halt echt oft, dass Leute den Drucker auspacken, kaufen sich billiges, das billigste Resin, das sie auf Amazon finden und ja, dann drucken sie es zwei, drei Mal und dann haben sie die Schnauze voll und dann bestellen sie es sich im Online-Handel und sagen dann, wie schlecht 3D-Druck ist. Man muss halt sehen, dass der 3D-Druck ist auch wieder so quasi in Hoffnung. Muss man auch lernen. Ja, ja, ich hatte da das unglaubliche Glück, dass der Marco mir da geholfen hat, der unglaublich viel Erfahrung hat. Der hat mir meinen Drucker hier mit eingerichtet. Da habe ich natürlich sehr viel Frust übersprungen und also ich habe halt auch dieses Logo Water Washable Resin, wo ja auch schon mal, oder ich habe damit, ich kenne nur das, manche sagen, das Water Washable ist zu spröde, nicht so gut, aber also selbst die Pins funktionieren erst rein damit, also ich finde es echt gut. Ich druck fast alles an den Water Washable. Ja, ich finde es auch echt super. Mit der Erfahrung von Marco zusammen war das dann jetzt auch echt, also ich habe den Frust zum Glück übersprungen. Ich konnte direkt die Kette genießen. Nils setzt sich immer ins gemachte Nest, was Drucken angeht. Wenn das Nest da ist, hatte ich erst den Drucker und hat er den gleichen bekommen und dann haben wir dann zusammen alles gemacht und dann hat er den Resin-Drucker bekommen und dann musste Marco, ist immer gut, wenn man ansprechbar ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Vor kurzem erst einem Rentner geholfen, der hat wirklich alles ausprobiert, was schief gehen kann. Mittlerweile hat er auch das Display kaputtgebrochen, gekriegt, also der hat mir wirklich, wirklich, wirklich leid getan. Aber er ist dran geblieben bisher. Es scheint wieder zu funktionieren. Ja, ist rein. Nils hat auch schon viele Fehldrücke, irgendwelche Körperteile, die alle im Bottich geliegen. Das ist normal. Man kann es ja, wie gesagt, ich habe ja jetzt nicht jahrelange Erfahrungen und irgendwann denkst du dir so, wenn du drei Teile auf Druck packst, drei gleiche und zwei funktionieren oder eins funktioniert und bei zwei ist totale Katastrophe, da denkst du dir auch so, hä, warum jetzt? Ja, der Drehdruck ist immer doch so ein bisschen ein Mysterium irgendwie für mich. Ja, manchmal ist es tatsächlich echt random. Es gibt so ein paar Tipps, Temperatur hochhalten und also den ersten Druck des Abends, vielleicht nicht unbedingt, wer muss jetzt funktionieren, das ist jetzt gerade das kleinste Zeug, das ich auf die Druckplatte irgendwie kriege, was ich gerade noch so mit der Pinzette greifen kann. Nee, erst mal einen Druck auf Temperatur kriegen und dann kannst du so kleine Sachen tropfen und so Zeug. Ah, okay, 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 okay. Ich mache ungefähr so ein bis anderthalb Drucker im Jahr kaputt mit dem ganzen Testdrucken und Co. Ich baue ja jede Kette, die ich ja design. Ich habe mittlerweile, glaube ich, 116 oder 117 Ketten. Morgens sind es wahrscheinlich schon wieder 118. Bis da jedes Mal dann deine 300 Kettenglieder druckst, die Einzglieder zusammenbaust und Co. Und dich noch vier, fünfmal erst auf dem Weg dorthin, da kommt schon einiges rein. Es ist nicht gerade leicht an den Druckern. Ich mache ja auch Fahrwerksteile und mache ja auch so Modelle und drucke mir auch was für mich privat. Aber da gehe ich schon ein bisschen ans Material ran. Na, das glaube ich. Was baust du denn privat am liebsten? Also bist du wirklich rein im Militärbereich? Ja, definitiv. Also für ein ernstzunehmender Modellbau nur Militärbereich. Das gefällt mir. Der ernstzunehmende Modellbau ist Militär. Ja, nein. Ich habe ja auch noch, ich spiele ein bisschen so Warhammer nebenbei. Und das ist für mich einfach der Ausgleich, wo du hingehst, machst eine Schachtel auf, steckst irgendeine Figur zusammen, grundierst sie, fängst sie an zu bemalen und ist am selben Abend noch fertig. Und ernstzunehmender Modellbau, sorry, das soll jetzt nicht bös klingen. Nein, ich meine, da gibt es keinen Slap. Ja, wenn ich jetzt einfach mit dem Panzer anfange, das ist ein 100-200-Stunden-Projekt fertig ausarmen. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Ja, kennen wir leider. Ja. Also wird das diesjährige November-Projekt auch nichts für dich sein? Weiß ich nicht, was ist das November-Projekt genau? Ja, da müsstest du die Podcast-Folge im Nachhinein hören. Stimmt, das können wir jetzt noch gar nicht verraten, ne? Ach, stimmt, okay. Sorry, war kein Problem. Ja, ein Monat bauen, ne? Den November, 30 Tage, ein Projekt, ein Thema. Dieses Jahr ist aufrädern. Ziemlich frei, was du machst. Nicht aufketten? Nein, aufrädern. Auch nochmal für ein Tilo, wir wissen ja, der hört zu. Nein, du kannst nicht vom Panzer einfach die Ketten abmachen und dann bist du aufrädern. Das zählt nicht. Schade. Er gibt dann den ersten Schützentiger in der Welt. Genau, auf Reifen. Apropos Tilo. Den Tilo werden wir ja sehen am Samstag auf der SMC. Ich weiß nicht, bist du auch da, Kai? Das ist ja für dich dann quasi um die Ecke, wenn du aus Bräder kommst. Ja, also SMC, ich habe mir es aufgeschrieben. Ich muss nur gucken, was spontan eine Sache ist. Nächstes Jahr auf jeden Fall. Vielleicht sogar als Aussteller, weiß ich noch nicht. Vorher habe ich es. Aber dieses Jahr, wenn ich Zeit habe, wenn ich es schaffe, vom Zeitlichen her, komme ich auf jeden Fall mal als Gast. Denn das soll ja eine der besten Events sein, die es hier im Umkreis gibt. Ja, ich glaube, Europas größte, glaube ich sogar, Plastikmodellvermesser. Was man so auch online schon hört, wer da alles hinkommt, das muss schon ziehen, das Event. Ich glaube aber, ich glaube, Euro Model Expo oder so in Lingen, die war jetzt auch nicht gerade klein. Ich glaube, das ist Deutschlands Größte, ne? Und das ist, glaube ich, die Europas Größte irgendwie so. Also es wird auf jeden Fall sehr interessant. Wir freuen uns sehr. Wir sind auch zum ersten Mal da. Wir sind sehr gespannt. Also Lingen, wie du schon sagst, da könnte man den Tag schon gut verbringen. Also ich bin sehr gespannt. Wir haben nur den Samstag. Das wird schon interessant werden, glaube ich. Ja, vor allem der Vergleich zu Lingen. Wenn das ähnlich ist, dann wird es auf jeden Fall cool, weil Lingen waren wir jetzt auch die letzten zwei Jahre. und wenn man halt Plastik im Modellbau macht und auf Dioramen und bemalt Plastik steht, ist es einfach, ja, man wird mit offener Kinnlade oft da durchlaufen und man denkt, wie geil ist das denn? Und das sagst du alle zehn Minuten irgendwie. Ja, definitiv. Ja, ich freue mich da auch drauf. Also wie gesagt, wenn ich es schaffe, gehe ich hin. Lingen war super. SMC eigentlich Pflichttermin, ja, wenn man so drüber nachdenkt, schon. Also auch, nimmst du so viele neue Eindrücke mit nach Hause dann für den eigenen Modellbau und alles, wo du vielleicht noch nicht so dran gedacht hast beim Alterung oder beim Weathering oder beim Finish oder, ja, selbst verbessern. Wie oft warst du schon auf der SMC? SMC wäre mein erster Besuch, so kann ich sagen. Ach, auch, ja. Ja, mach mal Samstag klar. Dann sieht man dich vielleicht. Ja, schauen wir mal. Das ist noch bei mir so 50-50. Ja, warum nicht? Und Lingen ist bei dir auch gesetzt? Lingen definitiv wieder, ja. Ja. Ja, dann spätestens da läuft man sich vielleicht mal im Weg. Ja. Lingen wäre dieses Jahr, wäre ich zum ersten Mal als Aussteller dort gewesen, hätte ich meinen Laptop hingestellt, ein bisschen gezeigt, was ich so mache. Aber dann hatte ich, Alter, kam einfach ein Trauerfall mit der Familie dazwischen, musste ich auf eine Werdung und dann war mit dem Modellbau nichts an dem Wochenende. Das war super, super schade, so vom Ablauf her und Zeitplan her. aber nächstes Jahr dann auf jeden Fall. Ja. Ich meine, so ein paar Original-Panzerkettenglieder neben den Laptop zu stellen, das wäre wahrscheinlich auch ganz nett anzusehen. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Ich habe schon mal, wenn ich in der Normandie im Urlaub war, in diesen Militarerläden, die haben dann auch schon mal da Kettenglieder rumliegen, so Panzer 4, Tiger 2 oder was. Teilweise sehr verrostet, so um die 40 Euro. Da habe ich mir schon gedacht, soll ich mir sowas mitnehmen als Briefbeschwerer für die Vitrine? Jetzt weiß ich, wer sowas gebrauchen könnte. Ja, das machen effektiv sogar relativ viele so. Zumal ein, zwei Kettenglieder zu Hause zu haben und ans Modell draufzustellen, das macht schon ein bisschen was her. Ja, einfach, dass das, auch wenn es jetzt verrostetes Kettenglied ist, es ist halt ein Kettenglied von damals. Das ist jetzt nicht weniger reizvoll für mich als irgendwie, wie wird das sich in Ordnung oder so. Ja, es kommt da immer drauf an, was man sammelt. Ich sammle ja zum Beispiel gar nichts. Für mich ist das, ich bin ja effektiv nur an den Daten interessiert am Modellbau und das ist auch gut so, sonst hätte ich halt keinen Platz mehr in der Wohnung. Ja, und weiß nicht, vielleicht sollten wir auch mal kurz ansprechen, weshalb eigentlich Ketten, weil ich finde, das ist so für den Außenstehenden und so, hä, warum geht es um Ketten? Weil ich finde halt, dass die Kette an einem Panzer den größten visuellen Eindruck macht, wenn du das Gummiband von Tamiya hast und dann eine Einzelgliedkette, die segmentiert ist, das schaut einfach viel besser aus mit dem geringsten Aufwand den größten visuellen Impact haben und da ist es halt dann tatsächlich mit den Originalen, wo kriegst du das Original her, wenn es das nicht mehr gibt? Ich wurde jetzt, Gott sei Dank, es wurde mir jetzt erlaubt, demnächst die späte Königstigerkette zu scannen. Die jage ich seit vier Jahren. Erstmal, ich finde meine Vinylkette ist total toll, die ich gerade bei dem Main-Kranze habe, den ich baue. Es ist fantastisch, ich brauche keine Tank-Brusher-Kette. Er redet, wö. Das ist okay, jeder wie er es möchte. Wenn ich meine Modellbausätze zusammenbaue und so für Promofotos und Co., die ganzen Gummiketten, ich habe so einen Stapel DS-Ketten habe ich auf Kleinanzeigen gestellt, die waren innerhalb von einem Abend weg. Ja, das glaube ich dir sofort. Nee, es ist grauenhaft, aber es ist halt angenehm. Eine Kette ist halt, muss man ganz ehrlich sein, wenn du Panzer baust und du baust dein Modell und dann kommt irgendwann die Kette, uff, ich hasse wiederholende Tätigkeiten. Ja. Das kann man nicht schönreden, das ist, glaube ich, einfach so, wie wenn du eine Yamato baust und 48 Flugabwehrkanonen mit jeweils vier Rohren baust und das in PE. Ja. Das ist was für jemand, der Mutter, Tochter, ganze Familie erschlagen hat. Das ist wirklich, da verfluche ich manchmal den Modellbau, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dann hast du so einen schönen Jagdtiger oder Königstiger mit so einer Multi-Segment-Kette und diese ganz kleinen Fizzel-Verbinder hast, fünf Teile, ein Segment. Danke, brauche ich auch. Die habe ich auch schon hinter mir. Ja, die brauche ich auch nicht jeden Abend. Ich habe die für den Tiger 2 damals gemacht von Friul. Ich habe 15 Stunden für zwei Ketten gebraucht. Das war auch die letzte, die ich in der Art gemacht habe. Oha. Aber die Friul-Kette bei meinem Super-Pershing, muss ich auch sagen, das ist einfach das Gewicht des Panzers, der Durchhang, wie es sich anfühlt. Es ist einfach eine Metallkette in Miniaturformat. Ich sage mal, so nah kommst du mit dem 3D-Druck auch nicht ran. Also Detailgrad bestimmt, aber die Art, das nachzubauen, Metall mit Metall, ist geil. Ist halt so auch, kannst du interessieren, kriegst du auch einen Durchhang hin, den du Metallketten hast. Auf jeden Fall, ja. Das habe ich auch schon festgestellt. Also ich finde auch, Metallketten sind so, die Königsklasse von der Wertigkeit, die machen das Modell schwerer, haben natürlich einen Durchhang. Aber selbst die gedruckten Ketten, die ich jetzt schon benutzt habe, egal ob jetzt vom Kaidi oder die vom Panzerart, selbst die haben schon einen natürlichen Durchhang. Da hast du halt den Nachteil, du kannst die nicht brünieren. Du musst halt echt alles mit Farbe machen. Da sind die Metallketten wieder so ein bisschen schneller bereit. Aber die kosten halt auch mehr, so eine Metallkette und ist auch jetzt nicht überall verfügbar. Deshalb bin ich mittlerweile echt Fan der gedruckten Ketten. Du hast halt mit einer Metallkette hast du halt auch ein paar Nachteile. Weil die sind ja relativ chromplächtig zum einen. Die sind nicht so detailliert. Du hast keine Unterschneidung. Die Originalgeometrie ist einfach nicht so wiedergegeben. Und dann musst du meistens auch noch durchbohren. Also in vielen Sachen mittlerweile einen Anschaffungspreis. Also ich nehme eine Resinkette, egal ob das jetzt mein eigenes Design ist, dass ich Druck oder ob ich mir so im Laden kaufe, nehme ich dreimal lieber als eine Metallkette mittlerweile. Ganz hervorziehen, ja. Das ist auch, wenn du sagst so, die schweren Ketten, die liegen natürlich. Jetzt hast du dein Modell normalerweise auch im Diorama. Da ist er oder auch zumindest auf einer Vignette oder sowas. Da hast du ja sowieso dein alles platziert von Hand. Brauche ich da eine Metallkette, die natürlich durchhängt oder habe ich es lieber, als ich mit der Pinzette rangehe und sage, ich möchte jetzt die und die Form haben und mir das von Hand da anrücken. Das ist immer so, wenn du... Muss nicht. Du kannst die auch so O-förmig haben wie der da. Lass meine Gummiketten in Ruhe. Ich werde die jetzt aufziehen. Ich finde sie gar nicht so schlecht, dass sie so Gummidingen sind. Ich habe jetzt so einen Trackwash da drauf gemacht und so langsam fangen wir an, ein bisschen nach irgendwas auszusehen. In drei Jahren ist sie porös und platzt. Wenn die da drauf ist und dann so aus Spannung dann irgendwie so sich an der Seite so hochwältet. Du hast nicht zufällig Ketten für einen Stritzwagen 103? Eine 103er, was ist denn das für eine Fahrgestelle? Aufnahme-Reben ist das ein Eigenbau von denen? Ich schätze. Oder nee, warte, das sind Leo 1-Ketten, glaube ich, die da drauf sind. Dann habe ich sie. Echt? Oh, Daniel. Gelegenheit. Nee, das habe ich nicht mehr für das November-Projekt. Kannst du in 1 zu 10 drucken? Also es ist wahrscheinlich in 1 zu 10 Resin zu drucken ist wahrscheinlich einfach auch viel zu teuer. Nö. Nein. Ich habe zwei, ein Kilo wiegt die Kette hier in FDM, die ich hier gemacht habe. Naja, gut. Ich habe jetzt auch, ich habe meine Maler aus Spaß und Freude in 1 zu 5 gedruckt. Eine ganze Kiste voll. Die haben ja die Gummi-Pads, das heißt, und die drucke ich auch im FDM in Gummi, natürlich in TPU. Sonst wäre es ja Quatsch. Ja, und die Eisgreifer, druckst du die dann mit Metall? Nein. Schade. Musst du schon durchziehen. Ja. Aber wo wir gerade bei Ketten und Metallketten sind, bei dem RC-Tiger, den ich hier auf dem Tisch habe, Metallketten in 1 zu 16, das ist schon Gewicht, was man da in der Hand hat. Das sind richtig, nicht Kilos, aber das ist schon geil. Also du merkst richtig, ja gut, das hat ein Metalllaufwerk, eine Metallunterwanne und dann eine Metallkette. Das fühlt sich halt richtig an. Du ziehst eine Kette da drauf. Du hast ja Gewicht, was da drauf geht. Du kannst an dieser Kette ziehen und biegen und die ist halt einfach, es ist halt einfach eine fucking Kette. Damit muss der durch allmöglichen Scheiß fahren und tut er auch. Ja, ist schon cool. Also so eine Kunststoffkette an einem RC-Panzer, das, nee, das wäre wirklich keine Ahnung. Ja, du sagst es richtig, das ist ein RC-Panzer. Der hat die Funktion, hat der Oberhand über der Detailtreue. Wenn du dir mal anschaust, wie die Großmodellen ausschauen, die 1.6er, 1.5er, da denkst du so, als Modellbauer haben die hier einen alten Tamir-Bausatz von 1960 aufgebläht, aber da geht es eher darum, das Fahrverhalten zu haben und das Fahrzeug als ganz erkennbar zu haben, nicht ums Detail. Man kann aber auch beides machen und zwei Jahre an so einem 1.16 Tiger sein und dann RC-Tiger und dann Kanonenblende drucken und Turm umsetzen und das alles auseinanderschneiden, wieder zusammenspachteln und PE-Teile draufbauen und all so einen Scheiß, um halt einen Modellbaustandard in so ein 1.16 RC-Modell zu bekommen. Man kann, es gibt Leute, die sind so bescheuert. Ja, aber willst du denn dann wirklich noch fahren? Erzähl mir sie als Spielzeug so ein bisschen scharf um die Ecke in der Wohnung. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich habe Schiss, den zu fahren. Ich weiß, wenn ich da irgendwo drankomme, dann bricht mir das PE-Teil ab und dann, aber, ja, es haben schon ein paar gefragt, wir müssen mal fahren gehen. Ich so, oh Gott, ich fahre eigentlich nur in der Wohnung hier auf dem Teppich, das reicht so, weil, wenn der dreckig ist und dann ist das, ich bin schon mal auf der Wiese gefahren, aber du hast Moos und Gras überall in diesem Laufwerk hängen, das willst du gar nicht wissen, wo du das findest. Deswegen, ja, ich werde den mit auf die Messe nach Lingen nehmen nächstes Jahr, wenn wir einen Stand haben und dann vielleicht immer da auch so ein bisschen rumfahren zum Zeigen und, aber eigentlich, ich muss noch Videos machen von dem Ding, das heißt, ich muss auf jeden Fall mal fahren, ich will da mit nach draußen, ich will da ein paar geile Videos machen, sonst hätte ich ja alles umsonst gemacht, den so herzurichten und, ja, die Tage noch gedacht, jetzt wird es immer dunkler und nasser und bald ist die Zeit vorbei und ich schaffe es nicht mehr, ein Video zu machen. Ja, Daniel, mit Dingen ist 1 zu 16, ich habe ja auch ein paar rumstehen, aber ich habe es echt getrennt, mein Hanglong Alu-Schüssel-Tiger, der ist fürs Gelände ausgenicht, da habe ich nicht allzu viel Zeit rein investiert, da habe ich dann richtig ein 1 zu 16 Standmodell dafür. Ja, das ist halt auch, ich fand das Projekt ganz cool, ich nehme eine uralte, ich weiß nicht, ob du das irgendwie ein bisschen auf Instagram verfolgt hast, die Zeit, wirklich eine uralte Hanglong-Schüssel und die von Null auf restaurieren und modern machen mit einer Elmort rein und so guten Sound wie möglich, der hat Kanonenrauch drin, der hat normalen Rauch drin, ich habe selbst gebaut, einen großen Lautsprecher drin, die Kanonenblende ist für den, also Tiger 131 ist es, aus Bawinken, die habe ich mir dann irgendwo gezogen, weil die falsche dabei liegt, die Luftfilter anders, die sind nicht dabei, Rauch überall gelegt mit Rohren und Dings und allmöglichen Scheiß, überall Putti, Amortextur und Kram, dass halt dieses Ding danach gebaut ist, wie man halt irgendwie in einem normalen 1 zu 35 irgendwie da dran geht, bis auf so ein paar Ausnahmen und ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen werde, ich glaube nicht, das war wirklich viel, viel Arbeit in 1 zu 16 und ja, du hast selbst erzählt Dinger und du hast genau die richtige Frage gestellt, traust du dich damit richtig rumzufahren? Nein. Und da können viele sagen, ja, baust du denn einen RC-Panzer, du Idiot? Aber es ist schon cool, wenn du den anschmeißt und fahren siehst und man guckt so da drauf, ich meine, er steht ja hier und denkst so, boah, schon geil, weil die Arbeit war es irgendwie schon wert und wenn du dir die anderen RC-Fahrzeuge anguckst, die du auf YouTube und sowas siehst, quasi out of the box, du siehst einfach der Plastikbomber hoch 10, der da fährt, dreht sich dann in sagen wir so, das Ding bewegt sich fort und du siehst in der ersten Sekunde, ah, da hat aber jemand die Physik außer Kraft gesetzt. Ich wusste gar nicht, dass ich, wie viele Tonnen wiegt der 67 Tonnen innerhalb von 1,5 Sekunden um die eigene Achse drehen können? Wahrscheinlich dann rot angemalt und Hashtag sendet draufgeschrieben. Was macht vielleicht Spaß, da irgendwie durchs Gelände zu donnern mit so einem Tiger, der dann maßstabs umgerechnet dann irgendwie 85 kmh da rum brettert durchs Gelände und dann U-Turn macht und wieder zurückfährt, was die ja können, auch wenn du dir so einen Henlongbing holst. Ja, gerade die alten oder die sind, wenn der Ding schießt und dann diesen Kettenrückstoß dann so kurz vor-zurückfahren und ich denke, nein, auch 70 Tonnen können nicht eben mal so vor- und zurückwippen, wenn der da vorne schießt. Das passiert so auch nicht. Ja, all sowas war wichtig. Ich habe das auch mal rumexperimentiert dann mit verschiedenen Wäscheklammerfedern, damit man so die Fahrwerksdynamik hinbekommt vom Original. Aber nein, kein gescheitert, kläglich versagt. Hast du eine L-Mod irgendwo verbaut? Nee. Oder eine hochwertige Platine? Das ist ja schon cool, du kannst ja wirklich das simuliert ja schon Schaltung, das Ding hat drei Gänge. Raspberry Pi und Atruino regelt. Raspberry Pi und Atruino regelt. Selbstmachen. Ja, kannst alles machen. Aber es ist halt geil, du gibst Gas, der Motor dreht hoch, der erste Gang geht rein, das fährt, so ein kleiner Ruck während der Gangwechsel kommt, der dreht höher vom Sound, da kommt der nächste Gang, klack, klack, so ein kleiner Ruckler und dann hast du so die Maximalgeschwindigkeit. Oder auch, das Schöne ist bei der Handlong-Ding an, du gehst vom Gas, du lässt einfach den Finger von der Fernbedienung und das Ding steht einfach, es soll einfach aufzufahren. 70 Tonnen können nicht von jetzt auf gleich einfach stehen, das ist physikalisch unmöglich. Also mit der Elmhaut rollt dann so drei, vier Sekunden aus. Wenn du auf die Bremse gehst mit Gas rückwärts, dann hörst du so Bremsquietschen und sowas. Also schon, hat schon was, das war es alles. Jetzt habe ich Bock mit dem Ding zu fahren. Kann ich mir vorstellen, ja. Ja, sind wir mal ein bisschen abgeschwiffen. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Wir waren SMC, haben wir gesagt, Nils und ich sind Samstag da. Wir haben auch schon gehört, ein paar aus der, unserer kleinen Bastel-Community sind auch da. Da sehen wir mal ein paar Leute. Wird bestimmt gut. Vielleicht schaffst du es ja auch. Und nächstes Jahr Lingen haben wir auch Bock drauf. Da wird es auch noch mal eine ganz besondere Podcast-Folge geben im Januar. Und ich, wir werden auch in dem Fall da sein. Ich beide Tage und Nils kommt Samstag rum, ne? Genau. So der Plan. Das wird auch schon wieder geil. Ja. Was mit dem Digitalmodell, zwischen dem digitalen und physikalischen Modell ist ja tatsächlich ein Unterschied. Irgendwann muss ein Design ein Produkt werden. Und dort hast du halt, die Fragestellung ist ja quasi, hast du einen Zurüst, Bauteil, das auf ein existierendes Chassis raufgeht. Also habe ich jetzt irgendwie Replacement für mein Tamiya, für Rad und so. Das ist natürlich dann sinnvoll. Natürlich scanne ich mir erstmal den Tamiya-Bausatz und dann habe ich die entsprechenden Passungen oder die Abmessungen von dem Rad aufstecken. Weil was die Nabe ist, Nabendurchmesser etc. Du kannst das dann anpassen. Ganz, ganz wichtig, wenn du so am Fahrwerk rumspielst, ist, dass du die Spur hältst. Das heißt, deine Kette soll ja mittig laufen. Du darfst ja unten nicht weiter rausstehen als oben. Und die Sache musst du natürlich dann testen, musst du in 3D drucken. Einfach ausdrucken, an den Bausatz ranpacken. Dafür musst du den Bausatz natürlich auch erstmal da haben. Und das kann halt schon ein paar Abende dauern. Dann haben Produkte ja noch so eine blöde Eigenschaft, dass sie präsentiert werden müssen. Das ist ja mein absolutes Lieblingsfeld. Du brauchst digitale Bilder, brauchst so ein bisschen Grafikdesign. Sowas, was ich überhaupt nicht kann. Kein Talent für, auch kein Bock ist zu lernen. Da kann ich was aus der Praxis erzählen. Aus dem Job. Wenn wir mit Lieferanten zusammenarbeiten, es gibt Firmen, die haben Designer und es gibt Designer. Und bei den einen kriegst du so, okay, das ist jetzt irgendwie mit Fusion 360 irgendwie so zusammengedengelt, wie ich das auch hinkriege. Man sieht die Farben irgendwie da dran. Oder es gibt 3D-Renderings von Designern, wo du genau siehst, welche Oberfläche ist das? Die glänzt, weil sie glänzt. Das ist rau, weil es rau ist. Das ist genau die Farbe, Pantone-Nummer, die du haben willst. Und du hast wirklich ein digitales Produkt da vor dir, was einfach nur geil aussieht. Ja, definitiv. Da sieht man krass den Unterschied. Und das eine kann ich auf keinen Fall. Ich würde es gerne können, aber ich hätte auch keine Lust, mich da irgendwie da so viel Zeit rein zu investieren, dass man sowas halt kann, nur um die Präsentation halt richtig geil zu machen. Ja, ich mache es, ehrlich gesagt, ich mache es Minimum. Ich versuche, mich zu verbessern. Ich versuche zu lernen. Aber du kannst natürlich auch, wenn du so einen hochwertigen Render hast mit allen Materialien und Co., musst du die Materialien auch erstmal zuweisen. Und das ist alles Zeit, die du reinstecken musst. Und wenn du keine Ahnung hast, dann ist es halt noch viel, viel mehr Zeit und kommst nicht zum guten Ergebnis. Deswegen spare ich da mir ein bisschen mal einen Abend oder zwei, bis das fertig ist. Aber ja, dann hast du ein Produkt. Du hast deine Präsentation und dann lädst du es effektiv hoch. Und dann hoffst du, dass du eine Feedback-Loop hast. Also gerade meine Patron-Member, ich wünsche mir immer, dass die es mal drucken und mal ausprobieren, hoffentlich, und sich dann noch rückmelden. Hey, es passt, es passt nicht. Das ist ja zum Beispiel, Nils, das ist ein Grund, weshalb meine Ketten, das ist mein Lieblingsprojekt, einfach Ketten sind mein Lieblingsprojekt. Warum die so gut sind, Nils, ist, die sind getestet von relativ vielen Leuten. Und das wird dann gleich auch wieder verbessert. Ja, und Daniel, du hast gefragt gehabt, was die Leute davon haben, so von meinem Patron. Ja, das kostet bei mir, effektiv kostet ein Zehner im Monat. Und du kriegst halt im laufenden Monat die Sachen, die ich dort designe. Ich habe dort immer so eine gewisse Vorstellung, ich möchte ein Fahrwerk, gerade so mit dem Panzer IV, komplett rausbringen, also Laufräder und die Stützungsrollen und Antriebsrad, Umlenkrolle hinten. Und dann möchte ich ein bisschen so Kleinzeug machen. Oftmals komme ich nicht dazu, aber irgendwas so universal Nutzbares, wie jetzt eine Bosch-Lampe oder quasi Munition für irgendeinen Standardgeschütz. Im Diorama ist es erstmal egal, ob das die Patrone von der Stuck ist oder von der PAK 7, 5er, 7, 5er oder in dem Fall. So ein bisschen universal Sachen. Und natürlich versuche ich, natürlich bringe ich einen neuen Kettentyp jeden Monat raus und aber auch ein, zwei, drei ältere zurück zu Patron, die ich da nochmal drüber schaue. Durch dieses Patron ist es eigentlich möglich, sich tatsächlich nach der Arbeit hinzusetzen und dann Sachen zu designen, weil es einfach den Grundstock an Kosten, den du immer hast, einfach übernimmt. Und es ist dann auch, je mehr Members ich habe auf Patreon, umso mehr Sachen kann ich machen, die ich jetzt schon seit Jahren vor mir her schiebe, einfach weil sie als Einzelposten viel zu teuer sind. Okay. Wenn ich jetzt da Member bin und dann über Monate, habe ich dann auch Zugriff auf die ganzen alten Sachen? Nee, momentan nicht. Wenn es gone ist, ist es gone. Also wenn weg, dann weg. Es ist so, dass ich nicht mehr alles auf die Online-Shops hochlade, gerade auch die Sachen, die sehr aufwendig sind, weil sonst sind sie ja im gesamten Markt auf einmal. Schauen wir mal, was Böses denkt. Nee. Und die Sachen kommen halt wieder irgendwann. Weil ich habe jetzt eine große Sammlung. Okay, ich kann jetzt, ich kann nicht vier neue Kettentypen im Monat rausbringen. Da könnte ich auch, da kann ich nichts anderes machen von der Zeit einfach her. Aber es gibt auch Sachen, die sind jetzt mittlerweile zwei Jahre alt, wo die 3D-Drucker noch nicht so gut waren. Oder ich habe die Möglichkeit, mir das Original auszuleihen für was, was ich vorher nur abgeleitet habe von einer anderen Geometrie. Und die Sachen verbessere ich halt und bringe es jetzt raus. Da hatte ich jetzt erst die E100. Diesen Monat hat mir, ein Sammler hat mir ein Foto geschickt. Es ist tatsächlich noch so eins und Brückenglied, also das große Teil hat tatsächlich überlebt in Sammlerhand. Und da siehst du halt Sachen, ach ja, sonst siehst du halt Sachen dran, die du vorher so nicht gesehen hast auf dem historischen Foto. Also direkt dran, überarbeitet, hochgeladen und sagt, nein, nein, das passt auf die und die Marke nicht. Und dann sag ich, okay, du hast es bestellt, aufgerupft, getestet, hey, funktioniert wirklich nicht. Also ändere mal das Design, sodass es auf alle Marken passt. Cool, ja, E100 finde ich super interessant. Da habe ich, auch so durch World of Tanks, so ein bisschen diese Blueprint-Panzer und What-If-Dinger interessieren mich da schon. Und da hat ja eine Wanne überlebt. Es gab ja eine E100-Wanne. Ich glaube, die Briten haben die ja, glaube ich, irgendwie, gecaptured und mit rübergenommen, aber die wurde ja dann irgendwann gescrappt. Ja. Und da hat tatsächlich aber trotzdem irgendwie ein Kettenglied von einem E100 überlebt bis heute. Ja, definitiv, definitiv. Ist ein Sammler, ein ziemlich bekannter Sammler sogar. Finde ich cool. Ist halt immer so, die Sammler möchten immer nicht, dass du sie beim Namen nennst, weil sie sonst die ganze Zeit in diesem Bauteil belästigt werden. Weil, du kannst dir jetzt vorstellen, dass er nicht der Einzige ist, der gerne ein E100-Kettenglied haben möchte. Und er wird nie wieder irgendwas zum Tausch anbieten können, bevor das E100-Dingens, nicht als Preis aufgerufen wird. Hey, ich verkaufe eine Stuck. Ja, ich will es eh ein 100-Kettenglied dafür. Ja, es ist so. Die wollen da einfach nicht mit belästigt werden. Und ich finde es schön, dass solche Sachen teilweise mit mir geteilt werden. Ich finde es schön, da auch in diesem Sammler, mich mit Sammlern zu unterhalten. Weil, die lernen ja auch wieder, was ich jetzt zuletzt erst wieder von dem Sammler Sachen ausgeliehen. Machen 3D-Scans. Hey, hast du die Nummern hier schon gesehen? Also, nö. Weil die auf dem Rost ohne Kontrast einfach nicht siehst. Aber im 3D-Scan kommen die sauber raus, dass da nochmal ein Stempel aufgedrückt ist und so Sachen. Das ist dann super interessant. Wie dann auch super dankbar, dort Zugang zu haben, natürlich. Ja, voll interessant, wie sehr man doch rumkommt, ne, mit einem blöden Kettenglied. Ja, definitiv. Interessant. Auf jeden Fall E100, Maus, Jagd E100, irgendwie sowas in dem Bereich. Steht auf jeden Fall nochmal auf meiner Liste. Und ich weiß schon, wo ich die Ketten herbekomme. Ja, definitiv. Wie viele Teile sind das pro Kettenglied? Moment. Hauptkettenglied, zwei kleine sind drei, ein großes sind vier und ein Pinduch sind fünf. Kann man das nicht alles als ein Teil drucken? Ja, dann ist es aber nicht mehr beweglich. Du kannst auch deine Gummikette nehmen von Trumpeter, dem Bausatz ist. Lass meine Gummikette. Alle mobben mich wegen der Gummikette. Nehme ich einmal diese blöde Gummikette. Ich habe jetzt drei, ich habe jetzt drei Stück frei bekommen durch die Einzelsegment-Ketten. Soll ich dir die zuschicken? Ne, danke. Passt schon. Okay. Ich mache die Gummikette richtig schön und dann werdet ihr gucken und sagen, für eine Gummikette sieht das gut aus. Alles voller Matsch, dass man keine Kette mehr sieht. Es gibt so Sachen, die kannst du nicht entsehen. Das weiß man einfach jetzt. Ja, ich mache da eine Umfrage. Und Metallkette auf dem Strittzwagen 103. Habt ihr auch noch nie gesehen. Wie findet ihr sie? Und wenn dann Leute sagen, oh ja, klasse, sieht richtig gut aus, dann habe ich gewonnen. Ja. Okay, also auf deinem Patreon kann man sagen, jemand, der Modellbauer ist und eigentlich im Militär, also im Panzerbereich unterwegs ist und eigentlich für jedes seiner Projekte Ketten braucht. Insbesondere deutsche Fahrzeuge ist eigentlich perfekt aufgehoben bei dir auf dem Patreon, weil er eigentlich immer wieder irgendwas findet und bekommt, was er brauchen will. Ja, in guter Qualität. Definitiv. Es geht jetzt auch in 2025 ist bei mir effektiv ja auch das fünfte Jahr und ich arbeite jetzt gerade an meinem Jagdpanzer 38 Bausatz. Der ist quasi schon truppbar, der ist schon truppbar in kleineren Maßstäben, aber 1 zu 35 kommt jetzt definitiv noch. Die werden nächstes Jahr Inhalte werden und dann hast du, wenn es noch so im Durchschnitt, du hast deine zwei, drei Ketten pro Monat, hast vielleicht noch einen Bausatz. Wenn es funktioniert, jeden Monat einen Bausatz, kann ich mir auch nicht versprechen, weiß ich nicht, ich habe das Konzept für 2025 noch nicht vollgearbeitet, aber im Endeffekt so eine Mitgliedschaft, das sind anderthalb Tracking-Bausätze und das gebe ich dir auf jeden Fall wieder raus, also du kriegst weit mehr raus. Also guckst, was jetzt eine 3D-gedruckte, eine fertige Kette kostet oder einen Zugriffs-Satz, Räder etc., schaust mal, was sie im Online-Shop kosten und ich denke, dass du da eigentlich keinen Verlust machst, wenn du es dann selbst druckst, drei Stück im Jahr, du musst es ja jetzt nicht gleich direkt im Monat verwenden, wo es released ist, vielleicht hilft es dir auch ein Jahr down the road, weil, wie gesagt, es sind relativ viele Kettenglieder mittlerweile und relativ viele Zugritteile auch. Ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall, das Zeug zu sammeln. Und das heißt, wenn man jetzt sagt, nee, Patreon-monatliche Kosten ist jetzt nicht so cool, dann guckt man halt einfach bei dir bei Kult 3D oder sowas, da hast du halt auch immer wieder etliche Sachen da und wenn man irgendwas will, schreibt man dich einfach an, sagt, hey Kai, ich brauche hier, die sind gerade bei Kult nicht drin, die sind gerade auf deinem Dings nicht drauf, ich brauche gerade Early Tiger 1 Ketten, kannst du mir da weiterhelfen, hast du da was? Dann wird man sich wahrscheinlich auch ein... Ja, so muss ich sagen, so Einzelanfragen, das möchte ich nicht, weil da habe ich den ganzen Tag nichts mehr anderes zu tun. Es ist halt auch einfach so, ein Produkt auf einen Online-Shop reinzusetzen, es ist ja auch eine Handlung, die ein bisschen Zeit braucht, du musst einen Text zu schreiben, etc. und alles. Und die Arbeit mache ich mir nicht für alle Sachen und ich weiß ja da nicht, ob das jetzt derjenige ist, der das Ding hinterher weiterverkauft und das es der Konkurrent dann als physikalisches Modell rausbringt oder nicht. Es ist so, man kann mich fragen, kommt es jetzt demnächst mal? Ich habe jetzt wieder Originale reingekriegt von Ketten, wo ich zuvor keine Originalen hatte und sonst kann ich dir sagen, ja, du, in den nächsten zwei, drei Monaten kommt das Bauteil. Cool. Kai, sag doch noch mal in zwei, drei Sätzen zusammengefasst, warum ist eine Kette von dir, vielleicht auch eine, wo du wirklich originale Kettenglieder gescannt hast, so viel besser als die aus einem super hochwertigen keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal Dragon-Bausatz, wo man sagt, top Plastikkette, out of the box, Einzelgliederkette, beweglich, kannst du so nehmen, brauchst kein Zuriss, die ist richtig gut. Was macht deine Kette im 3D-Druck noch mal besser? Naja, süß. Oder anders? Ja, der große Unterschied ist natürlich, du hast es gesagt, es ist Plastik, das heißt, Injektionsdruckverfahren, du kannst nicht hinterschneiden, du hast eine sehr vereinfachte Geometrie, du musst eine Mindestwandstärke haben, die viel, viel höher ist als die Mindestwandstärke im 3D-Druck. Und derjenige, der das Ding da mal designt hat, der Design of White Dragon, der sich da hingesetzt hat, der hat einfach nicht die Zeit reingesteckt, die ich reinstecke. Und das siehst du dann einfach in der Detailauflösung. Dann ist er auch noch aus Plastik, sie ist meistens nicht beweglich, kriegst keinen Pin durch, weil du die Wandstärke nicht hinkriegst. Lass er nicht aus Plastik sein, lass er aus Resinen sein von einem Konkurrenzprodukt. Die sind sich ähnlich, aber wenn du dann mal tatsächlich genau hinguckst, siehst du halt, welche das höhere Detail-Level haben und da schwimmen meine schon ganz oben mit. Ich will es nicht sagen, ich habe auch ein paar, die vielleicht nicht top of the line sind, aber der große Durchschnitt, das kann sich mit allem eigentlich messen, was da draußen ist. Das klingt gut, das ist ja oft der Fall, hast du sehr schön gesagt, da sitzt jemand, der muss ein Produkt machen auf Masse in einem bestimmten Verfahren und jemand, der halt sein eigenes Hobbyprojekt hat, der geht mit einer ganz anderen Leidenschaft an diese eine Kette ran. Vor allem, wo du sagst, Ketten sind deine Leidenschaft. Ja, es gibt auch Räder und Schwingarme und sowas vielleicht, aber Ketten ist halt einfach dein Gebiet. Ja, definitiv. Ich meine, als wir das angefangen haben mit dem Zeug vor vier Jahren, haben wir uns natürlich mal Tracken unter dem Mikroskop angeguckt oder auch die Konkurrenzprodukte und haben festgestellt, hey, ich kann so ein Ding in 45 Minuten zeichnen, genial. Weißt du, so eins zu eins und ich würde heute davon ausgehen, dass der Designer keine 30 Minuten braucht, keine halbe Stunde braucht, um das Ding für einen Spritzgussbausatz zu machen. Ich brauche halt schon acht Stunden, um überhaupt mal dann den verwertbaren 3D-Scan zu haben, bevor ich anfange, mich hinzusetzen und zu zeichnen und das kannst du einfach nicht absprechen, den Unterschied siehst du einfach. Das heißt, mit so einem 8K oder 12K Auflösungsdrucker ist man ja wahrscheinlich schon so fein, dass man ja wirklich Struktur eines einzelnen Kettenglieds darstellen kann. Nein, leider noch nicht. Noch nicht? Warum? Um vielfaches noch nicht. Weil die Textur wird ja auch immer kleiner, musst du ja auch 35-fach kleiner machen und leider, also so hast du diese Rostbocken und Co. kannst du nicht auflösen. Wenn du mal deine Handykamera nimmst, ein Foto machst von einem Resinbauteil, dann siehst du auch, dass der Druck Schichten hat, diese Layer Lines und der Abstand der Layer Lines ist ja effektiv das Artefakt deiner Auflösung, die du hast. Dann wirst du feststellen, dass dieser Abstand sehr, sehr viel größer ist als jetzt ein Lunker oder Rostpocke oder wie man dazu sagt, dann im Originalmetall. Ja, schade. Aber gut, eine Kettenglied ist auch jetzt sehr klein, aber selbst auf meiner Kanonenblende in 1, nee, das habe ich Textur drauf gemacht. Nee, aber trotzdem, was mit Resin funktioniert, was man Leute darstellen kann, ist schon einfach der Wahnsinn. Und du hast ja, wenn du eine Cast und eine Gusseisentextur dann auf der Kanonenblende, da hast du einen anderen Eindruck. Das ist ja, das meine ich, so was kann man schon darstellen. Textur, so ein bisschen wellige so ein bisschen wellige Oberfläche, bis dann tatsächlich Gusseisen ist im Original, sei mal dahingestellt. Aber wir erkennen es als so. Ja. Gut, alles klar. Dann werden wir auf jeden Fall in den Shownotes mal deinen Patreon reinpacken. Dann könnt ihr euch das mal anschauen, was der Kai da so macht. Und vielleicht ist das ja für einen von euch was, der viele Ketten braucht und guckt sich das mal an. Nils war sehr begeistert und ich werde mich mal jetzt nach dem Podcast mit dir auseinandersetzen, ob du da für meinen Stritzwagen 103 da vielleicht doch was hast. Ich meine, da wäre auf der Late-Ding tatsächlich eine Leopard 1-Kette drauf. Eine Leopard 1-Kette, die hätte ich zufällig. Ja. Ja. Und dann, wie gesagt, schaut mal in die Shownotes auch bei Kai mal im Shop vorbei. Und da findet ihr auch alle anderen Infos und Links zu unserem Kanal und auch zum November-Projekt, wo Nils und ich jetzt noch drauf eingehen und euch da noch mal was zu erzählen. Es gab ja noch mal ein paar Fragen. Mir sagen wir euch mal, was wir so bauen und welche Projekte wir uns ausgesucht haben und warum. Ja, Kai, ich danke dir, dass du dabei warst und uns mal ein bisschen den Eindruck gegeben hast, wie entsteht überhaupt so eine Resin-Kette. Und bei dir ist ja, glaube ich, noch besonders, originale Scannen ist ja noch mal was anderes als, es gibt ja, glaube ich, Leute, die designen, die einfach nur digital von Grund auf nach einem Plan. Ja, muss nicht unbedingt zu einem schlechteren Ergebnis führen. 3D-Scans sind ja auch erst seit ein paar Jahren zugänglich. Also 3D-Scan nimmt ein bisschen an von diesem Guesswork raus, also was du so nicht so interpretieren kannst und nicht von Hand messen kannst, wird rausgenommen. Und ein 3D-Scan hat halt auch das letzte Wort. Dann, wenn es heißt, hey, der Führungszahlen schaut anders aus, dann kannst du einfach sagen, 3D-Scan hier, nein, tut er nicht. Nein, der war krumm. Ja. Gut. Ja, war sehr interessant, ja. Jo, vielen Dank für die Einladung heute. Das hat auch Spaß gemacht. Ja. Sehr gerne. Dann wünschen wir dir weiter alles Gute. Hoffentlich sehen wir uns auf der SMC und wenn nicht, dann nächstes Jahr in Lingen. Auf jeden Fall. Alles klar. Dann bis dahin und ihr bleibt jetzt noch schön fleißig dran und hört euch das Novemberprojekt an. Danke euch. Ciao. Tschüss. Tschüss, tschüss. So, dann lass uns doch jetzt endlich nochmal zum Novemberprojekt kommen. Nils, lass die Katze aus dem Sack. Was wirst du bauen? Ich werde bauen ein German General Stuff Car. Das ist von Rivelle, also quasi ein Auto, wo die Generäle mit durch die Gegend gefahren wurden oder Kommandanten, Vorgesetzte. Das habe ich schon relativ lange in meinem Stash. Ich habe die passende Gelegenheit abgewartet und irgendwie hat sich dann, nachdem wir letztes Jahr auch schon wieder was für viele ungewöhnlich und Neues gemacht haben, habe ich mir gedacht, so eigentlich wäre das doch mal die Gelegenheit, dieses Teil loszuwerden. Oder? Und ich meine, mit Rädern, also wir haben es dann, wir haben überlegt, wie nennen wir diese Kategorie? Wir haben dann gesagt, auf Räder und also da ist ja echt fast für jeden was dabei, egal ob du Autos, Motorräder, Schützenpanzer, also, also kannst du ja, wenn es sei denn, du baust Schiffe, dann hast du ein Problem, aber ansonsten, ne? Also Wolfgang, der Wolfgang Wurm wäre wahrscheinlich nicht so begeistert, aber ansonsten haben wir wahrscheinlich jetzt echt mal einen großen Bereich abgedeckt. Man hätte vielleicht auch sagen können, wenn es gibt ja Schiffe, die dann auf diesen kommigen Rolldingern, diese so lange Säcke, so Würste sind und dann da so runterrollen, wenn es in Wasser geht. Das wäre wirklich kreativ gewesen, wenn man sowas gemacht hätte. Ja, okay, das wäre aber für mich schon so knapp an der Disqualifikation. Also du machst Resteverwertung, ne? Beim Novemberprojekt. Kann man so sagen, ja. Ich bin auch sehr gespannt vom Zeitlichen. Hast du ein Glück, dass es genau das Thema trifft, dass du deinen Rest verwerten kannst? Man könnte meinen, du hättest Einfluss darauf gehabt. Ja, ne? Als hätte ich hier was zu sagen. Ja, für alle, die gefragt haben, oh, was macht der denn dann zum Novemberprojekt das ganze Jahr? Das Thema stand eigentlich schon letztes Jahr am November fest. Ich glaube auch kurz nach dem Thema war, ich habe hier noch dieses Auto, wollen wir nicht nächstes Jahr mal irgendwas mit Autos machen, dann kann ich das wegbauen. Vor allem nicht nur Auto, es ist ja auch ein glänzendes, also es ist ja ein Generalstabsfahrzeug, das ist ja in der Regel jetzt nicht getarnt, verchippt, verbeult, ne? Also es wird schon auch da wieder ein bisschen anders halt werden, dass man halt mal etwas Glänzendes macht. Wobei ich auch schon überlegt habe, wenn das jetzt länger an der Front unterwegs war, ist es ja auch verstaubt und nicht mehr glänzend. Ich suche da schon nach Schlüpfwinkeln. Ja, wollte ich gerade sagen, machst du Hochglanz? Ja, war der ursprüngliche Plan, aber ich kann einfach echt nicht einschätzen, also ich werde jetzt auch noch so Box bauen, wie lange das auffällt und ja, das wird sehr interessant. Es kommt vielleicht darauf an. Ja, auch generell so der Bau, ne? Mit Fahrwerk, mit dem Untergestell, das sind ja viele Teile, der Innenraum, das alles so bemalen und ich habe jetzt gerade echt lange Airbrush-Sessions von dem Sturmgeschütz hinter mir. Ich weiß gar nicht, ob ich da drauf Bock habe, das jetzt zu wiederholen und dann noch mit einem Hochglanz-Finish. Ich bin mir selbst noch nicht sicher. Wahrscheinlich wird sich zeigen, wie der Monat sich entwickelt, wie weit ich vorangeschritten bin, wie viel Zeit mich das Ding kosten wird. Ja, also ich finde es macht Spaß, das erste Mal so mit diesem Klarlack zu arbeiten oder also ich habe dann erst mal so ein paar Videos geguckt auf YouTube, wie machen halt Leute, die nur Autos bauen, die nichts anderes machen dann mit zwei, drei Komponenten, Klarlack zwischendurch schleifen, unterschiedliche Schichten, jede Lackschicht ist wieder eine andere, die aufeinander aufbaut. Die letzte ist dann super verdünnt, dass es dann so glatt wie möglich läuft, dass du nicht so orangen Haut hast. Ja, das kann ich jetzt schon sagen, so detailliert wird es bei mir nicht werden. Ich baue halt jetzt auch keinen Neuwagen von 2024, aber ja, es wird halt schon so ein bisschen glänzender, als es sonst bei mir wird. Also ich muss glaube ich nochmal gucken, ich habe gar keinen vernünftigen, glänzenden Klarlack, also muss ich vielleicht die Marke nochmal anhauen. Der hat gar keinen Glänzenden. Eben hat er ja nicht. Ah, verdammt. Hatte ich ja letztens schon gefragt. Da würde ich aber auch für so einen richtigen Klarlack irgendwas, aber wirklich auf Lackbasis nehmen, also einen richtigen Lack. Okay. Und nicht irgendwie ein Acrylzeug, das glaube ich funktioniert dann nicht so schön, um das richtig zu trennen. warte mal, ich glaube, ich habe noch von Revell so einen Dösel mit glänzendem Klarlack, die waren ja auch ganz gut von Revell damals. Kannst ja versuchen. Ja, ich habe ja ganz vergessen. Ich baue mein Auto. Ja, richtig. Den Shelliker, ne? Ja, hat man auch nicht immer so, dass man sein eigenes Auto halt irgendwie als Modell hat. Ja. Und es liegt auch schon seit drei Jahren in meinem Stash, glaube ich. Ich bin irgendwann mal zu Weihnachten bekommen, eigenes Auto. Hier, guck mal, da gibt es ein Modell. Warum nicht, ne? Ja. Und ja, ich freue mich drauf. Wirklich, ich freue mich schon lange drauf, endlich mal zu bauen. Ich habe schon so voll viele Ideen, wie man so coole Videos machen kann und Content so ein bisschen so für Instagram. Okay. Ich habe das Auto, der in der Garage steht und das eins zu eins, ne? Und kann dann halt so ein bisschen mit dem... Ja, da kannst du bestimmt was machen, ne? Ja, mal gucken. Werde versuchen, kreativ zu sein. Ja. Ja, also kurz drei Worte zu unserem Modell, was wir machen. Also wir machen beide irgendwas auf vier Rädern mit Versuchen, wahrscheinlich glänzend, Klarlack-Auto-Zeug zu machen. Für mich habe ich das schon zweimal gemacht, aber sicher bin ich da auch nicht. Für dich ist es nochmal eine ganz neue... Ich finde es macht Spaß, also da merkt man nochmal, November-Projekt ist immer gut dafür, man ist immer skeptisch, ja, ich mache nie Flugzeuge. Und da macht man mal ein Flugzeug und merkt, es ist halt trotzdem Modellbau. Du hast halt trotzdem den gleichen Anspruch wie für das andere. Du willst es gut machen, du willst es richtig machen, dann hast du irgendeine Technik, die du noch nicht gemacht hast, dann guckst du dir ein YouTube-Video an oder in einem Heftchen oder sonst irgendwas bis angefixt, oh cool, so sieht das aus, das mache ich jetzt auch und bap, 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 bap und schon ist man voll wieder in seinem Ding drin, zumindest bei mir immer so. Ja, wird wahrscheinlich auch wieder so mit dem Bauen kommen. Momentan bin ich durch das Sturmgeschütz so angefixt, weil das läuft gerade richtig gut, ich habe da auch echt Lust drauf weiterzumachen und dann wird das November-Projekt das wieder so ein bisschen bremsen, wie eigentlich jedes Jahr. Wie, du bist in zwei Wochen nicht fertig mit dem Sturmgeschütz? Ja, da habe ich schon das Zweite gebaut. Ja, nein, weil die letzten Jahre immer so, dass das November-Projekt kommt halt irgendwann und dann musst du switchen und es war aber genau wie letztens mit der Ellie-Figur, das hat dann auch super Spaß gemacht und ja, ich freue mich, ich bin mir ziemlich sicher, wenn man dann einmal dran ist, dann kommt der Rest von alleine und sollte ich wieder erwarten nicht fertig werden, dann muss ich das nach dem Sturmgeschütz fertig machen. Ja, das passt schon, Hauptsache du bist fertig für den Kalender. Ja, das wird wirklich dieses Jahr das erste Mal, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich fertig werde. Aber man muss ja Ziele haben und Challenges. eben. Also ich glaube, den Stritzwagen hier, den habe ich jetzt fast fertig, der wird ja wirklich schnell zusammengedengelt, das schaffe ich noch in den paar Wochen. Ja, guck mal, selbst da bist du jetzt schon, bist du jetzt auch schon ein bisschen dran, obwohl du nur zusammengelst. aber ich baue auch, mal ein paar Tage hatte ich viel gebaut, dann habe ich eine Woche gar nicht gebaut oder nur mal so zehn Minuten abends, mal zwanzig Minuten. So ein bisschen wie du gefühlt, wo du sagst, boah, die Kinder sind gerade irgendwie weg, ich habe gerade irgendwie zwanzig Minuten Zeit, ich setze mich mal kurz dran, klebe drei Teile, mal ein bisschen was und okay, weiter geht das Leben. So habe ich die letzten Tage auch so ein bisschen gearbeitet. Ja, so kommst du auch weiter, weil wenn du immer noch wartest, dass du zwei Stunden Zeit hast, dann würde ich zu gar nichts kommen. Das war jetzt auch mit dem Bau von dem Sturmgeschütz, das war halt immer so ganz praktisch. Hier mal ein paar Teile, da mal ein paar Peeteile gewogen und hier mal kurz ein bisschen Textur, so das geht halt immer so in kleinen Schritten vorwärts. Ja, guck mal, das Ding hat acht Räder. Ich habe mich hingesetzt und habe Erde drauf gemacht, Enamel Earth, boop, 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 nächster Rad, nächster Rad, nächster Rad, kurz ein bisschen verblendet, ja okay, trocknet jetzt eh bis morgen, alles klar, vier Stunden fertig. Ja, richtig. Manchmal denkst du auch so, okay, das wird mich jetzt lange aufhalten, weiß ich gar nicht, ob sich das lohnt jetzt anzufangen und dann machst du es und auf einmal bist du schon nach zwei Minuten fertig, dann denkst du dir, dafür habe ich jetzt gewartet. Ja, genau, Okay, das zu unseren Projekten, Novemberprojekt nochmal allgemein. Thema auf Rädern. Es gab schon einige Fragen auf Instagram, kann ich dieses machen, kann ich das machen und wie nehme ich überhaupt teil und das wollen wir nochmal kurz ein bisschen aufdröseln, dass da jeder Bescheid weiß. Also, im Endeffekt ist es eigentlich alles ohne Stress, ne? Genau. Hauptsache, man baut einfach ein Modell, was irgendwie zum Thema passt und setzt sich den November hin und baut das einfach. Das ist eigentlich so die Mindestanforderung, die man hat. Man muss es nicht teilen, man kann es für sich bauen, man muss es nicht auf Instagram posten, man muss es nicht verlinken, man muss nicht in die Gruppe, man muss nicht im Kalender mitmachen, gar nichts. Man kann auch einfach für sich was bauen und bei den anderen vielleicht einfach nur ein bisschen zugucken, was die so machen und die teilen. Ja. Ja. Ich habe mir auch überlegt, obwohl ich mich letztes Jahr geärgert habe, dass ich die Ellie nicht gefilmt habe, weil mir fehlt das auch so ein bisschen, um zu gucken, wie habe ich das damals mal gemacht oder so. Aber ich habe mich jetzt auch dazu entschieden, wieder das Stuff Car nicht zu filmen, weil ich weiß halt nicht, wie wird es werden, wie weit komme ich und ich habe mich dazu entschieden, es hat nämlich Spaß gemacht, letztes Jahr ohne Kamera einfach mal zu sitzen und zu bauen und das werde ich jetzt wiederholen mit diesem November Projekt, einfach sitzen, bauen und hoffentlich Spaß haben. Das ist es, ich weiß nicht warum, aber in diesem Monat November, wenn ich das an dem Projekt baue, irgendwie ist das was anderes. Ich bin committed dazu, ich weiß nicht warum, aber ich nehme mir diesen November Zeit, ich bin offen für was Neues, dieses wer für Instagram oder YouTube oder sowas filmt, ja klar, ich meine, November Projekt filmen und zeigen draußen, ist natürlich auch irgendwie wieder ein bisschen Werbung für uns, da freuen wir uns natürlich auch, aber nutzt das mal, um was Neues zu machen, probiert einfach mal was aus und wer jetzt sagt, boah, kamen Leute mit Flugzeugen, ja, ich baue Flugzeugen und die stehen ja eigentlich auch am Boden auf Rädern und ja, das ist genauso, wenn das Thema ist, in der Luft, ja, mache ich dann ein Auto, was gerade irgendwie über eine Rampe fährt und fliegt, ja, da würdet ihr auch sagen, naja, come on, das ist jetzt nicht irgendwie in der Luft. Klar, ein Flugzeug, was irgendwie auf Rädern steht, okay, aber wenn ihr eh Flugzeuge baut, dann verlasst doch mal die Komfortzone, kauft euch einfach mal irgendein günstiges Automodell und versucht das einfach mal. Jedes Modell hat was Neues, das erste Mal Autobauen war, ja, so ein Autofahrwerk und sowas, was ganz anderes als Laufrollen und Schwingarme von einem Panzer. Mein erster Flieger war, okay, so ein Cockpit habe ich noch nie gebaut und mit den Flügeln und Dings und irgendwie in zigtausend Nieten da dran, hätte ich auch was ganz anderes, also, ja, nutzt das und macht mal einfach mal was, was anderes, wenn ihr könnt. Genau. Weil es tun viele. Ja, hat man jetzt auch schon in der Gruppe wieder gehört, also viele, also es sind viele schöne Sachen dabei, die wieder gezeigt wurden, was gemacht wird. Und wir haben ja noch nicht viel gesehen, weil viele verraten es ja auch noch nicht. Ja. Ich denke auch, das ist immer wieder eine gute Gelegenheit, den Horizont zu erweitern und neue Sachen zu machen. Ja, wenn du halt nur Motorräder baust, dann ist vielleicht mal so ein Auto was Nettes zwischendurch oder wenn du nur Flugzeuge baust, mal ein Motorrad oder weiß der Geil. Ja, oder ein Dreirad. Ja. Ein Fahrrad, was weiß ich. Es ist eigentlich egal. Wie war das? Ein Puppenwagen in 1 zu 12 oder war da auch dabei? Ja, genau, Nadine mit ihren Puppenhäusern baut irgendwas, was halt da reinpasst. Also wird es irgendwie ein kleiner Kinderwagen. Ja. Das ist doch super. Also die Leute sind echt kreativ bei den Figuren. Letztes Jahr habe ich auch schon gesehen, das war wirklich auch gut. Ja. Da kam wirklich Zeug zusammen, unfassbar. Ja, da war ich ja so in meiner Komfortzone und der Rest eher nicht so. Jetzt bin ich mal außerhalb der Komfortzone. Ja. Genau. Also macht einfach mit, baut für euch. Wie gesagt, ihr könnt uns anschreiben, E-Mail, Instagram. Kontaktdaten findet ihr alle in den Shownotes zum Podcast. Gibt auch Leute, die vielleicht, die hören nur den Podcast und sind nicht auf Social Media vertreten. Baut einfach, macht einfach beim November-Projekt mit. Und wenn ihr fertig seid, könnt ihr und an einem Kalender mitmachen wollt, da erzählen wir gleich noch was zu, schickt uns die Bilder per Mail und wenn ihr auf Instagram seid, postet die Bilder, teilt gerne euren Progress, verlinkt uns gerne dabei. Wir sehen immer gerne, was so die Community so baut und wer richtig Bock hat, kann natürlich auch noch mit in die Instagram-Gruppe kommen. Einfach anschreiben, einen von uns oder den Abenteuer-Modellbau-Kanal auf Instagram und dann laden wir euch in die Gruppe ein und dann könnt ihr euch mit den ganzen anderen Leuten, die da mitmachen, austauschen. So sieht's aus. So, und wenn wir fertig sind, dann machen wir noch einen schönen Kalender. Ich seh grad bei dir im Hintergrund, ich hab wieder nicht umgeblättert, ich häng noch im September, da wenn ich mal umblättern soll, weil meine Figur... Ja, ich wollt grad sagen, wessen Figur ist denn im Oktober dran? Ja, meine, wusste ich nicht, aber ich seh's gerade im Hintergrund, da ist ja meine. Ja, ich denk da jetzt auch nicht unbedingt jeden Monat dran, aber dieses Mal hab ich dran gedacht, ich glaub sogar am dritten schon, also doch, das kommt hin, also relativ früh sogar. Es haben ja einige gesagt, gut, dass ihr jeden Monat einen Post macht für den Monat, so dieser Umblätter-Lert. Müssten wir vielleicht nochmal wieder zuverlässiger machen. Ja, anscheinend. Wenn selbst du deine Figur verpasst, dann muss da noch was passieren, anscheinend. Also, der Kalender. Im November bastel ich immer einen kleinen Jahreskalender für das folgende Jahr, in dem Fall für 2025, und jeder, der im November-Projekt mitgemacht hat und sein Projekt fertiggestellt hat, kann das uns schicken, in hoher Auflösung, am besten per E-Mail, und dann werden alle Leute quasi in einem Wandkalender, Jahreskalender verlinkt, verlinkt, sag ich schon, mit abgedruckt, und dann hat quasi jeder, der einen haben will, den wird dann meistens so zum Selbstkostenpreis hergestellt und dann verkauft, mit Versandkosten irgendwie dabei, liegt man meistens, glaube ich, so irgendwie, ich glaube, wir lagen so bei um die 15 Euro, ne, plus, minus. Also, ein paar Leute waren so nett, haben aufgerundet auf 20, so für die Arbeit, die wir uns da gemacht haben, und ja, letztes Jahr waren es auch weit über 10, 12 Leute, die so einen Kalender gekauft haben, und da kann man jetzt die Projekte dann von allen Leuten das ganze Jahr irgendwie, ja, sich angucken. Wenn es mehr als 12 sind, dann kommen halt auf manche Seiten irgendwie zwei Leute, verlinken auch meistens dann den Instagram-Account, wenn ihr das habt mit auf dem Bild, dann sind die Leute vielleicht, die das nicht so auf dem Schirm hatten, können dann nochmal drauf gucken, ja, finde ich, ist immer eine coole Sache, dann kann man noch was aus dem Projekt mitnehmen, bis zum nächsten Jahr, wo dann wieder ein neues Projekt kommt. Genau. So, habe ich was vergessen, Nils? Ich glaube, zum November-Projekt nicht. Ja, wir hoffen weiterhin auf rege Beteiligung beim November-Projekt in der Gruppe, in der Community, und sind sehr gespannt auf die Ergebnisse, freuen uns auf den Fortschritt und natürlich auf einen regen Austausch in der Gruppe. und ja, vielleicht sieht man den einen oder anderen auf der SMC am Samstag und vielleicht ergibt sich ja das ein oder andere Gespräch. So sieht's aus und in dem Sinne verabschieden wir uns, bleibt uns treu, empfiehlt uns weiter und viel Spaß beim November-Projekt, an dem die mitmachen. Genau. Als im Beinbruch. Tschüss. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.